UEFA Cup steht vor der Tür. Stefan Winkel ist zu Gast bei uns. Stefan, morgen geht's los nach Kroatien. In der Hauptrunde habt ihr Geschichte geschrieben mit dem Sieg gegen Warner. Der zweite folgt dann gegen Göteborg. Wie geht die Geschichte weiter für die Hamburg Panthers? Ich hoffe natürlich erfolgreich. Wir freuen uns alle, dass es morgen losgeht. Wir sind voller Vorfreude auf die Gegner und auf die Atmosphäre, die uns dort in der Halle erwarten wird. Und ja, wir können es eigentlich nicht erwarten, dass es so losgeht. In eurer Gruppe sind neben dem Gastgeber Zagreb auch noch Ugra, Jugorsk und Aras aus Aserbaidschan. Kennst du die Gruppengegner? Wie schätzt du eure Gruppe ein? Also ich habe mich natürlich mit den Gruppengegnern etwas beschäftigt. Die stärkste Mannschaft ist auf jeden Fall der Titelverteidiger, gespickt mit Brasilianern. Der bekannteste ist der Eda-Lima. Und die anderen Teams stehen glaube ich spielerisch in nichts nach, auch wenn sie nicht die ganz großen Namen haben. Aber es wird auf jeden Fall, ja, sind schwere Nummern für uns. Das erste Spiel ist gegen Ugra, dann geht es gegen Zagreb nur einen Tag später. Welche Rolle spielt da auch die Belastung, dass man keinen Tag dazwischen hat, um zu regenerieren? Wie ist das beim Futsal? Ja, es ist schon extrem. Also gerade weil das erste Spiel gegen einen Titelverteidiger sein wird, da wird uns ein extrem hohes Tempo erwarten. Wir werden alle an unsere Leistungsgrenzen gehen müssen. Und dann ist es schon so, dass man im zweiten Spiel in den ersten fünf Minuten schon die Müdigkeit merkt. Aber danach macht das eigentlich keinen Unterschied mehr. Du hast ja meiner Meinung nach einen ganz besonderen Stellenwert im Team. Sieben Tore schon in dieser Saison gemacht. Elf insgesamt im Europacup. Auch bei den Torschüssen, die aufs Tor gingen, führst du die interne Torschützenlist. Was sagen die Statistiken über dich aus? Was hast du für einen Stellenwert für die Hamburg Panthers? Ja, also das ist natürlich nett, dass du sagst, dass ich einen besonderen Stellenwert habe. Aber ich glaube, dass der Stellenwert eigentlich dem Strich den jeder Spieler bei uns hat, weil ohne meine Mitspieler muss ich jetzt die Floske bringen, wäre ich nichts. Aber natürlich ist es so, dass ich oft den Abschluss suche und natürlich probiere, mit meinen Toren zu helfen. Und in diesem Jahr ist es mir wieder ganz gut gelungen. Der Wettbewerb hat Champions-League-Charakter für euch. Das muss man so sagen. In der Liga seid ihr ähnlich wie Bayern beim Fußball und Spieler wie Müller oder Lahm sagen ja, dass bei den Champions-League-Spielen, dass die Spiele sind, wofür man wirklich diesen Sport macht. Habt ihr ein ähnliches Gefühl? Wie ist das bei euch? Ja, also auf jeden Fall. Es geht jedes Jahr nur darum, wieder international zu spielen und da einzuziehen. Und das ist einfach ein Gefühl, das ist unglaublich. Man ist da so konzentriert, man hat so viel Spaß. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl noch mal, als wenn man jetzt in der Hamburg-Liga auf dem Platz steht. Bei der Nationalmannschaft hast du mit deinem Kumpel Yale Ceylani den Selfie-Torjubel rausgeholt. Was ist geplant jetzt für die Elite-Runde, verratest du uns? Da ist einiges schon geplant, aber genau haben wir uns noch nicht abgestimmt, mal sehen. Man wird es auf jeden Fall bei Elbgeek dann sehen können, welchen Jubel es geben wird. Okay und sonst, welche Rituale habt ihr noch so innerhalb der Truppe, wenn es dann um den Wettbewerb geht, wenn ihr dann dabei seid, vor den Spielen irgendwas? Also besondere Rituale gibt es jetzt nicht. Es gibt dann eine Reihenfolge, wer nochmal welche Ansprachen macht. Yale motiviert uns dann nochmal, wenn wir auf dem Platz stehen, Sabo in der Kabine vorher. Aber Yale und ich haben zum Beispiel auf dem Zimmer ein Ritual. Wir sprechen nochmal kurz, bevor wir aus dem Raum gehen, nehmen uns was vor für die Partie. Und ja, bisher konnten wir diese Ziele dann auch immer erfüllen. In der Hauptrunde blieben ja die Tribünen weitestgehend leer. Leider muss man da sagen. Was erhoffst du dir jetzt bezüglich der Zuschauer in Kroatien? Ja, ich erhoffe mir eine volle Halle. Kroatien ist eigentlich bekannt dafür, dass da viele Fans beim Futsal sind. Und ich glaube, mit dem Titelverteidiger haben wir halt auch eine Gruppe erwischt, wo das automatisch mit sich bringt, dass viele Zuschauer kommen. Und deswegen erwarte ich eine volle Halle und eine Bombenstimmung. Ja, dann wünschen wir euch natürlich viel Erfolg. Und du hast es gesagt, alles kann man dann auf Elbkick sehen. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Dankeschön.